Hier unten rechts das Runde, die Geschwindigkeit schneller drehen. Ja, hatte gerade ein tolles Gespräch, Telefongespräch mit einem größeren Sender, der vielleicht bald mit uns und vielleicht auch mit Mitgliedern der Partei wir2020.de und vielleicht auch mit anderen prominenten Persönlichkeiten eine Sendung machen wird oder hoffentlich macht. Und ja, unser heutiges Tagesthema ist dann also hier, wer Kanzler denn nun am Ende? Hier, Klaus Köhnlein, Rainer Füllmich, Viviane Fischer, Bodo Schiffmann, Eber Rosen, Sucharit Bhakti, Wolfgang Wodag, Stefan Homburg oder jemand ein ganz anderes. Aber eins steht fest. Wenn Sie es ohne die vier externen Parteiprogrammberater tun, wird es scheitern so sicher wie das Armen in der Kirche. Denn all diese Personen haben nicht über 50 Jahre Wissenschaft hinter sich mit der Frage, wie muss man Deutschland reformieren, wie muss man generell Länder reformieren, um so etwas wie eine viel bessere Gesellschaft, in der Schweinegrippe und Corona gar nicht möglich sind? Wie muss man das reformieren? Und dazu sollten Sie sich in der Playlist 4 am Ende des Senders News und Talks für oder in der Playlist 2, dass Sie die erste Sendung anschauen, nämlich die Arte-Sendung Big Pharma und so weiter. Irgendwie kommt im Titel vor die Allmacht der Pharmakonzerne oder so ähnlich. Dann wissen Sie, von wem wir gerade regiert werden. Und da wird es auch ganz klar, in dieser Arte-Sendung wird es ganz klar formuliert. Die weltweiten Pharmakonzerne sind eine Regierung. Und die regieren uns gerade und wir sehen ja, was dabei rauskommt. Und wie man das reformieren kann, das wissen nur die Experten. Und wo finden Sie diese Experten? Ausschließlich hier, Sie gehen, Sie tippen entweder ein, warten Sie, wo muss ich jetzt hin? Oh, jetzt bin ich hier wieder völlig falsch. Suchen, 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 suchen. Hier muss es doch irgendwo sein. Ah, da sind wir doch schon. Sie tippen entweder diese Buchstaben hier ein, N, E, X, T, S, 4, F, Punkt, D, E, Großschreibung ist egal. Groß oder Kleinschreibung, dann landen Sie hier auf dieser Homepage. Und dann haben Sie gleich als ersten Link hier, Jetzt anklicken, Neuester Stand, ja, nach ein paar Zentimetern. Und wenn man da draufklickt, kommt man dann direkt hier hin. Ja, direkt hier hin. Und dann stehen da die entscheidenden Informationen zur Kanzlerfrage. Wer kanzlert am Ende? Ohne diese vier Experten, da stehen sie, diese vier Experten, ja. Da sind die vier Experten genannt. Ohne diese vier Experten landet es bei 4%. Und mit den Experten kann es bis zu 56% erreichen. Es würden uns ja aber 25% reichen, um den Kanzler zu stellen, also um zu kanzlern. Also, noch einmal, hier geht es los. 2021 Deutschland mitregieren als Koalitionspartner. Das wäre dann, wenn man vielleicht nur 20% erreicht. Und regieren vielleicht, wenn man 25% oder mehr erreicht. Also, Deutschland mitregieren oder regieren mit maximal 56%, sogar Bundeskanzlerin werden. Im Rahmen der anstehenden acht Wahlen ist sehr gut möglich. Aber nur mit diesen externen und entgeltlichen Parteiprogrammberatern. Erstens, nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. Hier vor Corona-Ausschuss mit Dr. Med. Wolfgang Wodag und jetzigen Mitgliedern der Partei Die Basis. Dr. Rainer Füllmich, Viviane Fischer. Hier, da haben Sie in drei Varianten können Sie sich das anklicken. Dann haben wir Kai Stuth kreiert, Creative Caravan Talk mit Next Scientists for Future. 20.000 Klicks. Das war so uns zusammen ungefähr 100.000 Klicks. Hier 20.000 Klicks. Zusammenfassung des Corona-Ausschusses zur Anhörung der Next Scientists. Da brauchen Sie draufklicken. Da haben Sie die schriftliche Zusammenfassung des Corona-Ausschusses über die Next Scientists for Future Anhörung. Bei Roger Bittel, befreundet mit Dr. Med. Bode Schiffmann. Auch ein wichtiger, möglicher, wichtiger Promi. Promi. Hier kann man hier anklicken. Lehrer Mafi über Weltrat und Next Scientists for Future. Zwei Sendungen, zwei kurze Passagen in seiner Sendung. Zweitens. Economy for Mankind.org. www.lösungen.org. Da können Sie sich den nächsten externen Berater, der im Moment auch wir2020-partei.de berät. Dann können Sie GWÖ, Gemeinwohlökonomie, die haben wir bis jetzt erst im Boot durch Referate darüber. Denn die ziehen sich, bis jetzt ziehen sich alle da wirklich als Berater mitzuwirken. Na gut, dann stehen Sie halt auf dem Abstellgleis. Aber Ihre Inhalte kennen wir in- und auswendig. Also können wir das auch referieren. Bei bedingungslosen Grundeinkommen hat sich auch noch niemand als Referent gemeldet, als Vertreter oder Berater gemeldet. Aber das können wir auch im Schlaf wiedergeben und können auch die Schwachpunkte dieses Konzeptes dann diskutieren. Ja, dann nächster Punkt. Nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona ist möglich durch die gekonnte, sofortige Reform des hochproblematischen Gesundheitswesens mit dem, was ich eben genannt habe, nämlich mit der Allmacht von Big Pharma als eigene. Ja, das ist nämlich eine faktische. Viele Fantasien ja immer so, viele Verschwörungstheoretiker fantasieren von irgendeiner ominösen Weltregierung. Nein, Big Pharma ist längst die Weltregierung. Ja, das merken wir doch gerade. Big Pharma regiert gerade die ganze Welt bei Corona. Endlich ist es gelungen, vollständig die Welt zu regieren mit einem kleinen, bedeutungslosen, vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum. Sozusagen. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Da war doch was. Jede Sparte lebt sehr gut von und mit ihren vorteilbringenden Irrtümern. Und jetzt genehmigt sich die weltweite Pharma-Regierung so den ersten ganz großen Schluck aus der Pulle. Und ich denke, sie werden nicht gewillt sein, diese Regierung jemals wieder abzugeben, dieses Regieren. Möglich ist dabei durch die gekonnte Komplettreformierung Deutschlands ein jährliches Wirtschaftswunder von ca. 500 Milliarden ist gleich 0,5 Billionen Euro auf Dauer. Jahr für Jahr für Jahr, das bedeutet für Sie, liebe Zuschauer, für jeden Einzelnen konkret mehr Geld. Für jeden Arbeitnehmer bedeutet das mehr Geld in Deutschland. Aktueller Zwischenstand, die Partei, die Basis, ja, also das mit all den Promis, das sind hunderttausende Klicks, das sollten Sie alles lesen hier, das ist der aktuelle Stand. Wir 2020 EU steht mit etwa zigtausenden Klicks zu Buche, also weit weniger als rund um die Basis, die Leute. Und Bodo Schiffmann selbst wiederum, also die Partei Wir 2020 leider nur mit tausenden Klicks und Dr. Bodo Schiffmann, der im Moment nicht offen zu einer Partei steht als Kandidat sozusagen, hunderttausende Klicks und die Föderalen nur ganz wenige Klicks. Ja, also da lesen Sie das alles einfach weiter. Leider hat Michael Ballweg den Riesenfehler gemacht, der hat ja schon die erste Wahl leider verballert von den acht Wahlen. Von den neun Wahlen hat er die erste schon verballert. 2,6, da sieht man, was man ohne, ohne die externen Parteiprogrammberater erzielt. 2,6 Prozent, da in diesem Bereich werden auch alle anderen liegen, denn die sind auch nicht viel prominenter als Michael Ballweg. Also sagen wir mal, 4 Prozent gibt es für irgendeine dieser Parteien ohne die externen Berater. Denn dann fehlt nämlich, dann wird das Parteiprogramm nämlich grottenschlecht und ein grottenschlechtes Parteiprogramm ohne 52 Jahre Erfahrung, ja, wird das ein grottenschlechtes Parteiprogramm und das wählt halt keiner, ne? Kein vernünftiger Mensch jedenfalls. Ja, also immer weiterlesen, ich lese das jetzt nicht alles vor, Sie können das alles weiterlesen. Da haben Sie zum Beispiel, da kann jede Partei sich bedienen und schon mal reinhören in die Parteiprogrammberatung. Da ist schon ein halbes Parteiprogramm direkt rausschreibbar, wenn man das alles hört und einfach die Kernsätze rausschreibt, hat man schon ein halbes überzeugendes Parteiprogramm. Na, Kai Stuth und so weiter, ja, und dann die ganzen Kommentare, da können Sie auch nachlesen und mit den Ohren schlackern, was die Wähler zu dem, jetzt speziell dem Parteiprogramm der nextscientistsforfuture.de sagen, ja. Also hier, massenhaft, also ich höre auf, ja, Sie können das selber machen. Und ja, und das heißt, die Schlüsselfrage ist, haben wir demnächst etwas, wo es sich lohnt, ein Kreuzchen zu machen, wo es sich lohnt, zur Wahl zu gehen, weil es nicht irgendwie eine Fantasiegeschichte ist, nämlich ein Versuch, der am Ende bei vier Prozent landet, wodurch wir unsere Stimme nur vergeuden würden, sondern ist es eine Partei, die sich orientiert, also ständig konferiert mit den vier Experten und mit den vier Experten bei jedem öffentlichen Auftritt auftritt und somit jeden anderen Politiker in der Kompetenz locker schlagen kann, in jeder Sendung, in jedem Bericht und so weiter. Oder wird es ein Hobbyereignis wie bei Michael Ballweg mit 2,6 bis 4 Prozent, ja, wo wir dann also nur unsere Stimme vergeuden sind los. Also ehrlich gesagt, wenn das nicht ein Parteiprogramm ist, das wenigstens mal 40 Prozent Chancen hat, mache ich dann mein Kreuzchen da nicht, weil das ist dann reine Vergeudung und damit wird die Politik dann noch schlechter, denn diese vier Prozent Wählerstimmen sind ja dann für den Mülleimer. Die landen einfach im Mülleimer, werden noch nicht mal erwähnt am Ende, wenn es dann heißt Bundestagswahlergebnis, werden die nicht einmal erwähnt oder Landtagswahlergebnis, wir haben ja acht Wahlen noch vor uns, ja, das wird nicht erwähnt werden, das wird noch nicht mal mit einem Wort erwähnt, das erscheint dann irgendwo, erscheint dann die Basis 4 Prozent oder wir 2020 4 Prozent oder die föderalen 4 Prozent und das war es dann. Mehr gibt es da nicht. Und auch was vorher an Berichten kommt, das sind nur Alibi-Berichte, das liest kein Mensch und hört kein Mensch und auch die Videos schaut kein Mensch, könnt ihr alles vergessen, die bisherigen Parteien wussten schon, wie sie dafür sorgen, dass man nicht bekannt wird und so weiter. Ja, das ist schon so. Also die Schlüsselfrage wird sein, ja, so, was tun hier, ja, so, wo machen wir unser Kreuzchen? Und kann jemand wirklich kanzlern und ist jemand so klug, dass er sich die vier Experten, dass er sich ständig mit den vier Experten umgibt? Und, ja, das wird die Schlüsselfrage sein, ja, also, wer kanzlert am Ende, ne? Klaus, 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 Köhnlein, Fülmich, Fischer, Schiffmann oder jemand ganz anderes, ne? Wer kanzlert am Ende? Achso, das müssen wir mal hier wegtun. Ja, das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Ich hoffe, YouTube erkennt das Tagesbild. Ja, also, tschüssi, bis bald.